Hey Freunde, Willkommen zu einem neuen Test und zwar testen wir heute die Knallmatten von Vulcan Fireworks. Die Knallmatten an sich haben eine NEM von 12,51 Gramm. Jetzt habe ich es. Ja, Kosten, was habe ich bezahlt, 84 Cent die Matte oder 94. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Gekauft habe ich sie bei Pyroland. Ja, und dann würde ich mal sagen, Effekt ist uns ja klar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und gucken, wie die so performen. So Freunde, wir testen jetzt wie versprochen die drei Mandarinen-Cracker-Matten von Vulcan. Und ich würde sagen, alle drei, aber erstmal eine und dann zwei zusammen. Ich kann jetzt schon mal sagen, also für 90 Cent sind die echt okay. Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017